So, nochmal ein Versuch. Da gibt es schon eine Buddel. Fuffi. Na los, mit Anständen hier doch so eine Kleen da. Das sieht schon freundlicher aus. 178. Nehmen wir auch noch mit. Und hier gibt es mal 10 Freispiele Brasilien Samba. 4,50 Euro. Da wollen wir hoffen, dass was dabei rumkommt. Alter, weg da, weg da. Na ja, wenn die anderen 9er noch so laufen, können wir zufrieden sein. Einmal nichts. Oh, es war eine Verlängerung draus. Ach, Geizkragen. Also für den Einsatz hättet du ruhig ein bisschen mehr geben können. Macht da aber nicht. Und hier mal 10 Freispiele. Los geht's. Tja, drehen wir mal die Sonne, wäre cool. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Keine Sonne mit 3, ja. Eine ist zu wenig. Und da macht er zu mit 13 Euro. Und hier gibt es mal 16 Freispiele. Los geht's. Hallo, es ist noch was vernünftiges hier. Mit 15 Euro will er uns abspeisen hier. Na, das haben wir ja nun wirklich schon besser gesehen. Schade, schade, schade. Und hier gibt es mal Freispiele. Äh, 2 Euro Einsatz. Na. Komm schon. Das sieht ja traurig aus. 6 Euro. Wahnsinn. So, ein paar Runden später. Noch ein Versuch. 1 Euro. 2 Euro. 3 Euro. 5 Euro. 4 Euro! Geht doch noch weniger. Junge, Junge, Junge. Und heute schauen wir mal, ob wir ein paar Schlüssel bekommen. Alles geht's. Das Stück brüch. Erst noch mal schon. Oh, das ist Karten, das war ein Tweet, das war es heute. So, wenn das so weitermacht wird das nichts. So, wenn das so weitermacht wird. Also 4 wären das definitiv nicht. Okay, jetzt sehen wir was passiert hier. So, das ist nichts. Ach, diese verflixte Sammeln. Schluss machen will er nicht, den Schlüssel gibt er aber auch nicht. Na Wahnsinn. Das reicht trotzdem nicht ganz. Einmal nicht. So, mal hier ein Röntgen. Mal gucken, ob es was schönes gibt hier. Das habe ich mir anders vorgestellt, aber gut. Das ist ein Röntgen. Das ist eine Röntgen. Das ist ein Röntgen. da wird mal was hier da waren es noch 30 2 ein bisschen gold da 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 könnte ja das Blechding nochmal ausrücken ok der veräppelt uns ja total nichts zu holen hier an die Kisten schade 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 und hier gibt es mal Freispiele ja, das ist Wienzatz Verlängerung wäre auch mal nicht übel schade und Nummer 15 kommt nichts mehr dazu schade schade und hier gibt es mal 10 Freispiele ja 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 mal los noch ein bisschen mehr, komm schade, die Lücke hätte schließen müssen kurz und schmerzlos und wir schauen mal hier rein los geht's fliegt da schon durch auch wieder vorbei den tiefer wird besser immer hat man was zu meckern besser ja los fliehen wir mal gut und wieder rechts in der links und aufweg das scheint ja mal eine schnelle Nummer zu werden hier und tja einmal nichts, schade das wäre schon gut gekommen wir schauen mal hier rein 2 Euro 2 Euro 2 Euro ist gut los geht's von die 1 Euro ographer � oder 3 Euro 1 Euro 2 Euro 2 Euro 2 Euro 3限 3 Euro 3 Euro Was ist das? Oh, das ist mir heute vernünftig hier. Schafft doch alles nicht. Da waren es nur noch 10. Alter Falter ey. Nichts mit drin. Schade, schade. Und hier mal 10 Fallspieler. Auf gehts. Drei am 6. Fallspieler. Das dauert was. Schade. Können wir da immer nehmen können. Aber will er nicht. Und mal ein Ründchen Magic Tree. Jawohl, gleich zwei, sehr schön. Na los, weiter, nochmal zwei. Ich habe noch einen Ründchen. Ich habe noch einen Ründchen. Ich habe noch einen Ründchen. Ein echt komischer Freispieler, aber gut, sieht ja leicht üblich aus. So, schauen wir doch mal, was der Maul von sich nimmt. So, schauen wir doch mal. Waa? Ziegenkorb? Ja, ziegenkorb! Oh, das ist sicher. Also, die Ziegenkorb! Waa? Ziegenkorb. Waa? Waa? Wollt ihr auch? Oh nein! Nein, da sieht der Sterne, Feierabend! So, hier mal ne Runde. Lassen wir mal alleine aussuchen. Na, gucken ob das was bringt. Wer hier, wenn nicht. So, jetzt gehen wir mal miteinander und achten. So, hier stehen wir zum Mitkirchen. So, jetzt gehen wir mal死 in den Nuke. So, jetzt gehen wir mal. So, jetzt dann gehen wir mal das, sich in der Mitte. Zerr, jetzt sind wir die ganze Zeit im Webinar. hmmm, das schaffen tut es ja nicht ich sehe schon, nächstes Mal suchen wir da selbst aus, hat da keinen Zweck da und mal eine Runde, super, 4 Uhr Einsatz Puh, dann mal los, schauen wir mal, das Töne gibt Warwolf 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 Hallo, so ein Anständen hier halt. Ja, das ist schön. Action games würde ich wohl nicht rausrücken, ja Leute. Ich würde mich nicht anschauen, aber ich würde mich nicht anschauen. Das war's für heute. ein paar Zylinder wären auch cool jetzt noch eine sehr schön da macht er zu wenn man jetzt noch 10 Fleisch mehr hätte dann wäre das schon was aber wollen wir nicht meckern das haben wir schon schlechter gesehen sehr schön damit können wir leben und hier mal Freispiele Genies Wonderland 4 Euro oh da kommt schon was los oh ist das denn ernst ey jetzt haben wir mal ein paar Lampen ja tipps doch nicht alter Schwede 22 Euro und ein Reject Book of Fire und ein Reject Book of Fire einer macht auch zu 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 7 10 5 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 6 6 7 7 7 8 8 9 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 Und auch weg, Kachata. Und meine Wunder, Hexenkösel. Oh, die sind schon wachgerig. Auf zur nächsten Lunde. Und meine Wunder, Hexenkösel. Die Wunder, Hexenkösel. Das war's. Jawohl, das sieht gut aus. Können wir auch noch mal schaffen. Sehr schön. Na, da sind die Handschirmen nicht bei. Oh, oh. Den hier fallen tut er uns nicht. Eins, 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 fehlts. Schade. Und hier gibt es mal Beispiel 2 Euro Einsatz. Da waren es 30. Das könnte aber werden. 45. Sehr schön. Das war's. 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 Nicht cool. Und noch eine Verlängerung. So muss das! Wahnsinn! Ah, jetzt wird er schon ruhiger. 600, sehr schön. Wahnsinn! Jawoll! Da waren es 90! Ah, vielleicht macht er die Tausende noch voll! Ja! Ja! Na los, mal eine Verlängerung drauf ist! 918! Und wir haben die Qual der Wahl! 6 Freispieler! 5 Euro Einsatz! Mal gucken, ob es was gibt! Was kommt noch mit? Geizkrank! Ja! Kurz und schmerzlos! Mit 108 Euro und 20 Cent! Ja! 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 Ja!